Herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Heute sehen wir uns wieder einige sehr spannende Themen an. Zum einen geht es um den aktuellen Stand von ETH 2.0. Ansonsten gibt es extrem viele Meldungen, dass der Bitcoin gestorben ist. Wir sehen uns hier einige an und auch meine Meinung zu dem ganzen Thema. Und zu guter Letzt geht es noch um einen Deal zwischen der Formel 1 und Crypto.com. Was das genau bedeutet, sehen wir uns ebenfalls an. Falls dir diese Themen jetzt schon gefallen und du auch in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann lass doch gerne direkt erstmal einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Jetzt sehen wir uns das allererste Thema an und hierbei geht es vor allem um ETH 2.0. Es ist relativ ruhig geworden um ETH 2.0 und wir haben erst vor kurzem Neuigkeiten zu ETH bekommen, denn einige EPs wurden hier durchgewunken. Da geht es zum Beispiel auch darum, die Transaktionsgebühren nochmal komplett anders auszurollen. Nun gibt es aber glücklicherweise einen neuen Meilenstein, der erreicht wurde, denn im ETH 2.0-Kontext wurden nun über 6 Millionen ETH gestaked. Ein wirklich hoher Wert und das zeigt natürlich auf der einen Seite, wie groß das Interesse von verschiedenen Investoren ist, sich am Staking zu beteiligen und auf der anderen Seite natürlich auch, wie viele User eigentlich in der Lage dazu sind, 32 ETH zu investieren. Es scheint also, als würde ETH 2.0 angenommen werden. Natürlich sind wir noch lange nicht so weit, dass ETH 2.0 live ist, sondern wir befinden uns hier immer noch in einer Testphase. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir sehen aber trotzdem, dass über 180.000 Validatoren aktiv sind und jeder dieser Validatoren muss letztendlich 32 ETH eingezahlt haben, um überhaupt als Validierer aktiv sein zu können. Das bedeutet, dass jeder dieser Investoren letztendlich 66.560 US-Dollar, wobei das natürlich auch schwankend ist, eingezahlt haben muss, um überhaupt 32 ETH besitzen zu können. Und damit sichern sie ja die Blockchain dann quasi ab. Sie sind für die Speicherung von Daten, die Verarbeitung von Transaktionen und das Hinzufügen neuer Blöcke zur Blockchain verantwortlich. Wir haben gesehen, dass ETH 2.0 das erste Mal im Dezember 2020 online gegangen ist. Und hier gab es ein Ziel, und zwar wollten sie zum Start mindestens 524.000 ETH staken. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und man konnte diesen ersten Meilenstein erreichen. Innerhalb von sechs Monaten ging es dann richtig los, denn wir haben, wie gesagt, einen Faktor von 10 nach oben erreicht. Das heißt also über 6 Millionen ETH, die aktuell gestaked sind. Und es scheint so zu sein, als würde also auch die Unterstützung immer weiter ansteigen. Viele Investoren, viele Händler sind sehr, sehr optimistisch und nutzen die Möglichkeiten, die damit einhergehen. Und gerade wenn irgendwann der Übergang von ETH zu ETH 2.0 verzogen ist, erwarte ich, dass vor allem noch deutlich mehr Validatoren aktiv werden. Und auch für viele ETH-Investoren ist es nun mal ein wichtiges Ziel, dann mindestens 32 ETH zu halten. Es gibt ja verschiedene Wege, am Staking zu partizipieren. Entweder man betreibt selber einen Knoten und muss dann aber auf der anderen Seite auch sicherstellen, dass dieser Knoten permanent online ist. Das ist ein großes Risiko, denn in dem Moment, wo quasi das Ganze nicht mehr online ist, würden die Validatoren eben auch ihre investierten ETH verlieren. Da vor allem im Live-Net bzw. Main-Net wird es natürlich extrem starke Restriktionen geben. Es ist deutlich einfacher, das über Drittanbieter zu machen. Die großen Exchanges bieten eben auch die Möglichkeit, direkt darüber Staking zu betreiben. Das kann man aktuell sogar auch schon machen. Und das bietet auf der anderen Seite natürlich auch interessantes passives Einkommen. Das kann man sich also ruhig mal ansehen. Wir wissen also, dass ETH 2.0 in der aktuellen Testphase angenommen wird, dass wir über 12,29 Milliarden US-Dollar investiert haben in dem Kontext. 180.000 Validatoren die Einlagen dazu beigesteuert haben. Und es sieht so aus, als würden das immer mehr werden. Und das lässt mich vor allem daran glauben, dass ETH 2.0, wenn es auf der technischen Seite keine Probleme gibt, angenommen wird, langfristig gesehen. Und vor allem eben auch dadurch im Preis massiv steigen kann. Es bleibt extrem spannend, auch in dem Kontext. Und wenn es weitere News rund um ETH 2.0 gibt, dann lasse ich euch das definitiv wissen. Würdet ihr aber am Staking von ETH 2.0 teilnehmen? Schreibt das doch gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du dich grundsätzlich mit dem Thema Bitcoin und Kryptowährungen auseinandersetzt, dann seht ihr doch gerne mal die ersten beiden Links in der Videobeschreibung an. Zum einen habe ich euch ein Hardware-Wallet verlinkt, was ich selber benutze, und absolute Bitcoin- und Krypto-Pflichtlektüre. Da sehen wir uns nun das zweite Thema an. Und hierbei geht es vor allem um die Aussagen, dass der Bitcoin gestorben ist. Diese Aussagen haben wir in der gesamten Zeit schon dutzende Male gehört. Hunderte Male wurde das verkündet. Und dazu gibt es auch mittlerweile eine Website, die nennt sich 99bitcoins.com. Dort könnt ihr euch auch nochmal ansehen, wie viele Aussagen es gab, dass der Bitcoin tot sei oder sterben würde. Und vor allem von welchen Quellen diese Aussagen ausgingen. Dass es immer mal wieder extreme Skeptiker gibt, das ist komplett normal. Ich glaube, die haben wir überall. Wir haben immer Personen, die an die Sache glauben und gerne auch investieren wollen oder sogar tun. Und andere, die sich gegen den Bitcoin, gegen Vermögenswerte, wie auch immer, stellen. Und das kann man, glaube ich, auf alle möglichen Dinge anwenden. Und interessanterweise ist es so, dass wir bereits in diesem Jahr mehr Nachrufe haben, als es im Jahr 2020 der Fall war. Es liegt vor allem natürlich daran, dass der Bitcoin von seinem All-Time-High von knapp 64.000 US-Dollar in die 30.000 US-Dollar-Region abgestürzt ist. Für viele, die investiert haben, eine Situation, die sie in dieser Form noch nie erlebt haben, was unglaublich viele Emotionen ausgelöst hat. Und viele, die ich kenne, aber auch die online kommunizieren, haben anschließend ihre Bestände wieder abgestoßen, anstatt das Ganze als langfristige Investitionen zu sehen. Für viele ist das nun mal höchst spekulativ, der Markt, was ich persönlich nicht ganz nachvollziehen kann. Solange man nicht unbedingt im Trading-Bereich unterwegs ist, sehe ich nun mal einen Teil der Kryptowährungen als langfristige Investitionen an und glaube, dass sie eben funktionieren werden und dass vor allem die Blockchain-Technologie gekommen ist, um zu bleiben. Genauso wie viele Kryptowährungen, wobei sich natürlich erst noch herausstellen wird, welche Kryptowährungen wirklich überleben werden. Dass der Bitcoin aber erst einmal da ist und auch weiterhin genutzt wird, das ist glaube ich ebenfalls klar. Der Bitcoin ist nun mal die größte Kryptowährung. Wenn es um die mediale Berichtserstattung geht, dann spricht man immer erst über den Bitcoin und dann über andere Kryptowährungen. Und das ist nun mal ganz normal. Und das bedeutet auf der anderen Seite eben auch, dass alle neuen Investoren sich immer erst mit dem Bitcoin auseinandersetzen. Außer sie haben natürlich Kontakte zu anderen Maximalisten, die andere Kryptowährungen bevorzugen. Jetzt gucken wir uns aber erst einmal an, wie viele News wir hier eigentlich bekommen haben. Über 29 Mal wurde der Bitcoin in diesem Jahr für tot erklärt. Eine unglaublich hohe Anzahl, vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass der Bitcoin im letzten Jahr 19 Mal für tot erklärt wurde. 2019 wiederum war es dann tatsächlich so, dass wir 41 News dazu bekommen haben. 2015 gab es 39 News. Man sieht also klar, wie stark hier die Aussagen schwanken. Und auch hier findet ihr auf der Seite 99bitcoins.com die Statistiken und seht eben auch, genau wann News dazu gekommen sind. Sowohl bei dem Start des Bullruns, aber eben auch bei dem höchsten Punkt gab es direkt erstmal einige Neuigkeiten. Und man sieht, seit 2017 gab es 124 Aussagen, dass der Bitcoin gestorben ist. Das ist sicherlich nur deswegen so interessant, weil es einfach viele Personen gibt, die sich den Bitcoin nicht vorstellen können, die nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert oder einfach aus der Fiat-Welt kommen und damit dann kein Geld verdienen würden. Wobei ich der Meinung bin, dass viele anfangen würden, ihre Meinung zu verändern, wenn zum Beispiel die Unternehmen, für die sie arbeiten, Assets anbieten, die sich mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigen. Ähnliche Aktionen haben wir ja schon von Großbanken wie Goldman Sachs, JP Morgan usw. gehört, die sich erst gegen den Bitcoin gestellt haben und dann angefangen haben, sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen, Assets aufgebaut haben und auf einmal komplett anderer Meinung sind. Also auch diesen Sinneswandel gibt es ja häufig. Und wir können uns mal einige Aussagen angucken. Zum Beispiel gab es hier mal die Aussage, dass der Bitcoin in der aktuellen Version trotz des Hypes nicht den Begriff Währung ohne Regierung erfüllt und aufgrund dessen weder kurz- noch langfristig ein Wertaufbewahrungsmittel sei. Das ist zum Beispiel einer der Aussagen. Ansonsten ist der Bitcoin wohl kein zuverlässiger Inflationsschutz und es ist auch kein sicherer Hafen für die eigenen Investitionen. Es gibt keinen Schutz gegen staatliche Tyranneien, es gibt keinen Hacking-Schutz, es gibt lediglich katastrophale Episoden und deswegen wäre der Bitcoin eben dem Tode geweiht. Oder wir sehen eben auch, dass es Personen gibt, die der Meinung sind, dass der Bitcoin scheitern wird aufgrund von Knappheit, aufgrund von Volatilität, aufgrund von Spekulationen, Hype, krimineller Nutzung, staatlicher Razzien oder auch Umweltargumenten. Die Palette ist groß, was sich da einige Autoren überlegt haben. Viele von ihnen lieben Faxgeräte, sind also einfach auf einer technologischen Ebene noch unterwegs, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Und diese verstehen eben auch den Wert des Bitcoins nicht. Die Idee, die dahinter steht und vor allem, wie die Zukunft aussehen kann. Ich verstehe, dass es wie gesagt einfach zwei Lager geben muss. Und deswegen ist es besonders lustig, sich diese Aussagen noch mit anzuhören. Ich persönlich würde darauf nicht viel geben. Bitte informiert euch einfach flächendeckend, hört euch auch die negativen Sachen an und bildet euch dann erst eure Meinung. Dann seid ihr, glaube ich, auf der sicheren Seite. Sehen wir uns nur noch das letzte Thema an. Und hierbei geht es um eine Partnerschaft zwischen Crypto.com und der Formel 1. Das heißt, Crypto.com hat sich in die Formel 1 mit eingekauft. Über 100 Millionen US-Dollar wurden hier bereitgestellt. Dieser Vertrag läuft über die nächsten fünf Jahre. Und man möchte damit mit der Plattform natürlich ins Rampenlicht. Die Formel 1 ist nun mal ein sehr interessantes Event für die einen, für die anderen eher uninteressant. Trotzdem zieht die Formel 1 international extrem viele Zuschauer. Und dadurch möchte Crypto.com profitieren. Zehn Millionen User haben sie aktuell nach eigenen Aussagen. Und dadurch erhoffen sie sich natürlich einen weiteren Zustrom von weiteren Usern. Sie werden außerdem auch bei den Preisverleihungen noch mal weitere Dinge mit einbauen und werden versuchen, so wie es aussieht, auch in verschiedenen technologischen Seiten und Sichten hier weitere Produkte mit aufzubauen, die sie eben mit der Formel 1 dann verbinden können. Sie haben sich dadurch natürlich entsprechende Rechte gesichert und können ganz andere Produkte anbieten, als es die meisten anderen können, die vielleicht keine Lizenzen haben. So kann die Formel 1 definitiv durch den Crypto-Markt profitieren. Ich bin sehr gespannt, was hier für Produkte rauskommen werden, wie dann die Partnerschaften letztendlich aussehen werden. Crypto.com hat bereits vor einigen Jahren, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, angefangen auch mit Aston Martin zum Beispiel zusammenzuarbeiten, ebenfalls einem Formel 1 Team. Außerdem engagieren sie sich eben auch in der italienischen Fußballliga, der League Serie A und auch bei einem NHL Team, den Montreal Canadiens. Also man sieht, dass Crypto.com einiges an Kapital übrig hat, um also in verschiedene Institutionen bzw. größeren Verbände und ähnliches zu investieren. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Partnerschaft angenommen wird, was das für Auswirkungen haben wird. So können wir aber definitiv darüber sprechen, dass die Krypto-Adoption weiter voranschreitet und dass diese Entscheidung sicherlich keine schlechte ist. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo da lassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao.